Ist das nicht geil hier im Monterocho der 19.05. Das ist wieder fieses Brandgeruch, den haben wir die ganze Nacht gehabt und morgen schon auf der Terrasse zu spüren gewesen, weil man muss hier mit geschlossenen Fenstern und Türen schlafen. Guckt euch das Elend an, das ist doch wieder die geile Wurst. Meint ihr da passiert was? Ich würde mal sagen nicht.